ich muss das hier ich möchte es kurz anmerken ich muss es noch mal aufnehmen weil ich meine obs einstellung verschissen hat und somit der zweite part gefehlt hat reingekackt wirklich einfach komplett reingeschissen ich habe jetzt noch mal was geändert in den einstellungen jetzt wird es wieder funktionieren zu wissen sich hat eine testaufnahme gemacht die hat nicht gelegt oder so und hat auch nichts weggelassen deswegen nehme ich das ganze jetzt noch mal auf damit wir diese reaction jetzt gleich dann noch mal hochladen können ich werde dann allerdings nicht als premiere hochladen sondern einfach direkt auf jeden fall wir labern nicht lange starten direkt rein let's go deswegen werden jetzt auch die sachen die sagen würde zu den parts und so die werden jetzt anders sein ich kann nichts dafür ich weiß nicht warum ob es diesen ehrenlosen ruf gemacht hat ich weiß es nicht keine ahnung ich habe irgendwie in den einstellungen was verschissen und jetzt ja also ich kann naja nehmen was er noch mal auf naja ey beat is geil beat is geil Das ist immer wieder beim Hören geil, das hatte ich auch gerade schon gesagt in der Premiere, die ich jetzt offline nehmen musste, weil OBS gottlos gemacht hat. Dieses, sie wollen mich am Boden sehen, but forget it, das ist immer noch das Geilste gerade an dem ganzen Ding. Ey, no joke, geiler Song, no joke, kann man nichts zu sagen. Abnormal geil, abnormal geil. Ich wollte hoch hinaus, yes I did it, yes I did it, Shirochi number one till I finished, till I finished. Das ist auch geil, Shirochi Records, ey Shirochi, was, Shirochi number one till I finished? I did it, yes I did it, Shirochi number one till I finished, auch geil. Es ist mir scheißegal, wie auf dich auffall, ich stehe immer wieder auf, es ist meine Ideal. Und ich sag es euch final, Shirochi kommt vom Teil, eines Tages geht unsere Musik steig global. Es gibt nur Limits für mich, sie sprechen alle von nicht würdig, doch ich hab mir alles abbekämpft, nur damit ich da aufstehe, wo ich jetzt bin. War ja verlang in dem Loch drin, kam nicht mehr raus, wurde vom Dämonen gefressen, von innen heraus. Ey, das ist immer noch so eine geile Line, ne? Ich wurde von Dämonen gefressen, von innen heraus. Ey, dieser Line ist einfach immer noch geil. Und ich komm jeden Tag davon, ich geh in die Schlaf, so egal, was anderes sagt, ich kann, sag, wenn mein Weg warst. Hab so oft den Schmerz gespürt, von dem Zweifel fast verfühlt, wenn du schmerzt. Spüre keine Limits mehr, Gedanken dauernd hin und her, ich renne ihnen hinterher, bis ich broken zurückkehr, ist nicht fair. Schmerz, man fährt, vor meinem Kopf rein in mein totes Herz, wie ein Speer umgekehrt. Warte, 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 auf die Line hab ich gar nicht verabschiedet. Ich höre keine Limits mehr, Gedanken dauernd hin und her, ich renne ihnen hinterher, bis ich broken zurückkehr, ist nicht fair. Schmerz, man fährt, vor meinem Kopf rein in mein totes Herz, wie ein Speer umgekehrt. Oh, was ist das für eine Beinkette, die ist mir gar nicht aufgefallen in der ersten Reaction. Ich höre keine Limits mehr, Gedanken dauernd hin und her, ich renne ihnen hinterher, bis ich broken zurückkehr, ist nicht fair. Schmerz, man fährt, vor meinem Kopf rein in mein totes Herz, wie ein Speer. Umgekehrt, ey, ob diese Kette heute gar nicht geachtet in der ersten Reaction, die hab ich komplett überhört. Ey, das klingt voll geil. In den Dämonen als Verzehr, ich begehr, Zeit umkehr, da spüre keine Limits mehr, sagt, woher dann dieser Schmerz? Ich weiß es nicht, hab ihn selbst erst eng gelernt. Ich wünsch es mir so sehr, dass der Frieden zurückkehrt. Ich breche alle Limits, alle Limits. Sie wollen mich am Boden sehen, but forget it, but forget it. Ich wollte hoch hinaus, yes I did it, yes I did it. Chirushi, number one, till I finish, till I finish. Ich breche alle Limits, alle Limits. Sie wollen mich am Boden sehen, but forget it, but forget it. Ich wollte hoch hinaus, yes I did it, yes I did it. Chirushi, number one, till I finish, till I finish. War lang auf mich, alle eingestellt, but forget it, but forget it. Ey, dieser Übergang auch in den zweiten Part, sehr, sehr geil. Till I finish, till I finish. Ich breche alle Limits, alle Limits. Sie wollen mich am Boden sehen, but forget it, but forget it. Ich wollte hoch hinaus, yes I did it, yes I did it. Auch die Betonung, Alter. Ey. Oh, dieses Yeah. Ey, das ist geil. Das klingt sehr, sehr nice. War lang auf mich, allein gestellt wie Kirito. Ja gut, da habe ich wieder keine Ahnung. Jetzt kommen so die Namen, die mir alle nichts sagen. Kirito sagt mir nichts. Ich kenne das, ich kenne den nicht. Oder sie, ihn, weiß ich nicht. Shido, da habe ich jemanden komplett anderen im Kopf, aber okay. Will die Geister in meinem Kopf vertreiben wie Miko. Aber hab keine Selbstkontrolle so wie Mio. Alles voll mit Mafia-Dynastien. Sie sprechen nur von Kokain. Mein Kopf, der nur noch für eine Schiebmusik ist. Oh, alles voll mit Mafia-Dynastien. Sie reden über Kokain, Mann. Oh, Digga, Digga, Digga. Hab eine schwere Lust auf meinen Schultern, so wie Shido. Will die Geister in meinem Kopf vertreiben wie Miko. Aber hab keine Selbstkontrolle so wie Mio. Alles voll mit Mafia-Dynastien. Sie sprechen nur von Kokain. Mein Kopf, der nur noch Filme schiebt. Alter, Mafia-Dynastien, reden über Kokain, Kopfschieb-Filme, Bruder. Ey, Musik ist wirklich Therapie, Digga. Wenn es einem scheiße geht, Digga, gönnt euch Mucke. Hört einfach Musik, hört euch irgendwas an, hört euch Shogun an, hört euch Takumi an, hört euch irgendwen an. Musik ist Therapie, no joke. Musik ist wirklich Therapie, Digga. Kippe verfliegt, brech ich alle Limits und hol mir den Sieg. Als Gewinner gewohnt für den Thron, außer Korn. Aber niemals gegen Jockey-Brenner verloren. Ich habe keine Sorgen, nur Shiro-Ski. Ich habe mir geschworen, ich bringe sie einfach eindrücklich auf die Eins. Nein, ich rede nicht von dem Hype. Sondern man setzt ein, hat für mich höchste Wichtigkeit. Meine Eltern haben alle stolz, hab mich an mir, hab mich geglaubt. Hab mir die ganzen Träume geraucht. Sie tüten mich aus ihrem Leben raus, hab ich grad niemals auf. Bis mich immer weiter durch meinen Dämon so laut. Der füllte mich mit purer Feucht. Schmerzen aus Schmerz, das war mein einziges Ziel. Doch Schmerzen im Herzen machen mich instabil. Sie lachen und scherzen, Depressionen gespielt. Es ist wie was bei Kerzen von innen kribbieren. Yeah, und ich scheiße auf die Limits. Jetzt, wo sie geht, jetzt viral im Netz. Doch ich halte mich am alten Fest. Danke an Shiro-Ski und danke an Yu-Gi. Nur dank euch sind die Limits nur ein Spiel. Ich spreche alle Limits, alle Limits. Sie wollen mich am Boden sehen, what for girl it, what for girl it. Ich wollte hoch hinaus, yes I did it, yes I did it. Ey Digga, die Hook ist ein kompletter Cop-Nicker. Junge. Digga, ich bin richtig am mitnicken hier. Ey, aber die Hook ist geil. Und die Parts sind sehr, sehr strong. Ey, aber ganz ehrlich, der Beat ist geil. Über den Beat brauchen wir nicht reden. Der Beat ist geil so wie er ist. Der Beat ist 10 von 10, seine Stimme da drauf. Das mit dem ausklingenden Beat ist immer noch geil. Der Ausklingende Beat ist immer noch sehr, sehr geil. Sehr, sehr schmackhaft. Ey, sehr, sehr schmackhaft. Gönnt euch das Ding. Link in der Beschreibung zu Spotify. Ähm, ja. Was soll ich noch sagen? Ja, ich kann noch nichts wirklich sagen. Ich schrieb das Ding hoch und runter. Und dann passt das Ding. Und ja, Leute, gönnt euch den Song. Er ist geil. Man hört, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das hört man generell bei den Songs von denen. Sei es jetzt Shogun, Takumi oder halt alle anderen, die bei Shiroshi dabei sind. Ich weiß nicht, wer ist denn noch alles dabei? Ich glaube, Gohan ist noch dabei. Ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei ist. Müsste ich nachgucken. Aber auf jeden Fall, man hört auf jeden Fall, dass da Arbeit hintersteckt. Man hat es auch bei der EP von Tarot Me gehört. Sechs Songs, die waren alle geisteskrank geil. Und ja. Leute, gönnt ihm sein Hack. Gönnt ihm sein Hack. Haut die Streaming-Zahlen hoch und dann passt das. Leute, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo oder schaut in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu dem Song aus Spotify. Und natürlich Burning Daylight, der ist mein Discord-Server als Internetseite. Da kommt ihr dann zu allem Möglichen, was ihr haben. Oder was ihr wissen müsst. Insoor und alles. TikTok, YouTube, alles verlinkt da drin. Und auch mein Tech-Shop-Pack ist da drin. Und ja, da würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.